Das war's für heute. Und wir haben geübt, damit wir den Sound vor bald schon liegen. 15 neue Songs spielen wir euch. Am 22.03. lebt euch ins Deutsch. Es gibt nur 50 Tickets, wie wir beim Crowdfunding. Jungs, da ist es genau mein Ding. 22.03. Wenn du nicht dabei bist, das wär bitter. Denn wir liefern ein Soundgewitter. Und schlagen euch zum Dritter. Dritter, dritter, dritter. Ja, da wollen wir hin. Wer ist mit dem, der ist der. Schluss im Zettel. Wir sind da. Kommt ihr auf, ja. Ist ja wunderbar. Und wer das bei der ganzen Lautmusik eben nicht verstanden hat. Ihr könnt jetzt Tickets kaufen. Es gibt nur 50 Tickets für das Konzert am 22.03. In Kaltschapantena. Auf dem Gelände der Bar 25. Die da Holzmarktstraße. In Berlin, an der Spree. Es wird wunderschön. Denn der Frühling ist da. Ein wunderschönes Erlebnis. Wirklich gut. Wirklich gut. Erstmal. Vielen Dank.